Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kleinen Preview zum Spiel Epochs Cause of Cultures. Epochs Cause of Cultures startet jetzt auf Kickstarter in einer Kampagne, Crowdfunding-Kampagne. Das Ganze ist von Ice Makers, das sind die, die auch Terrorscape und Age of Galaxy gemacht haben. Und jetzt haben sie mal wieder einen rausgehauen mit diesem sehr geilen Zivilisationsspiel. Das Ganze ist für zwei bis vier Spieler, dauert ungefähr 90 bis 120 Minuten. Na, hier steht zwei bis drei Stunden drauf. Man kann es aber deutlich schneller spielen, weil der Fluss einfach so geil ist. Und ich würde euch ein bisschen über die Abläufe informieren. Ich mache keine detaillierte Regelerklärung, ich glaube, das ist an dieser Stelle noch nicht notwendig. Und dann werde ich euch noch sagen, warum mir das Spiel wirklich so gut gefällt. Ja, ich würde sagen, ab geht's einmal auf den Tisch. Epochs wird über drei Epochen gespielt. Jede Epoche starten die Spieler mit sechs Technologiekarten, von denen sie mindestens drei innerhalb der Epoche ausspielen müssen. Die restlichen drei Karten werden abgelegt, um weitere Aktionen zu generieren. Jeder Spieler spielt eine Nation, welche sich durch vier Spezialfähigkeiten auszeichnet. Im Laufe des Spiels kann die Regierungsform durch den Regierungstree geändert werden und ein Angebot- und Nachfragetrack zählt, wie viele Boni man am Rundenende bekommt. Im Laufe der Partie können die Spieler Wissenschaftspunkte ausgeben, um auf der Kulturleite voranzustreiten. Dabei gibt es genau eine Kulturleiste, die für alle Spieler gilt. Das heißt, man muss genau gucken, welche Stufe sich gerade lohnt und wie viel diese gerade kostet. Jede Zivilisation kann genau zwei Einheiten haben. Eine Haupteinheit und eine Support-Einheit, welche die Haupteinheit unterstützt. Die Kombination aus beiden Einheiten ergibt dann die Gesamtstärke, mit der gekämpft werden kann. Natürlich können auch im weiteren Verlauf des Spiels die einzelnen Einheiten geupgradet werden. Das Bauen von Wundern ermöglicht den Spielern permanente Fähigkeiten zu erlangen und weitere Siegpunkte zu ergattern. Auf der Landkarte können die Spieler sich ausbreiten. Sie können auf der Landkarte eigene Städte bauen. Sie können Handelsposten errichten, sowohl bei gegnerischen Städten als auch bei neutralen Städten. Es können Ressourcen gefunden werden und es können gegen Barbaren gekämpft werden. Insgesamt breitet sich eine Zivilisation hier aus und schöpft dadurch Siegpunkte. Den Spielern stehen genau acht unterschiedliche Aktionen zur Verfügung. Auf der Karte ausbreiten, Kultur erlangen durch Wissenschaftspunkte ausgeben, Einheiten upgraden mit Wissenschaftspunkten. Man kann Städte errichten. Es ist möglich, Wunder zu bauen. Man kann Handelsposten errichten. Man kann die Regierungsform wechseln und man kann eine Produktionsaktion machen. Am Ende eines Zuges kann es immer zu einem Kampf kommen. Und bei dem Kampf wird die Gesamtstärke ermittelt, indem die Gesamtstärke der Einheiten ermittelt wird. Und durch Würfel, die man zusätzlich werfen kann, für Vorteile, die man auf bestimmten Gebieten hat. Das heißt, wenn Rot hier zum Beispiel einen Vorteil gegen Pferde hat, bekommt er hier zwei zusätzliche Würfel. Gelb bekommt hier zusätzlich einen Würfel. Wenn in der Nähe eines Wasserfeldes gekämpft wird, hier zum Beispiel, würde Gelb noch einen Würfel bekommen. Am Ende werden dann alle Würfel gewürfelt und die Werte werden zu der Kampfstärke der normalen Einheiten addiert. Jetzt wisst ihr ungefähr, was die Abläufe angeht, Bescheid. Und ja, das Erste, was einem wirklich auffällt, wenn man dieses Spiel aufbaut, ist einfach, es braucht extremst viel Platz. Also ich habe schon Probleme, tatsächlich mit zwei Spielern das ordentlich aufzubauen, sodass man noch genug Platz über den Spielerboards hat, um die Karten dort hinzulegen. Aber bei drei und vier Spielern, ja, wird es richtig happig. Also man muss sagen, dieses Board, wo die Karten drauf sind, das nimmt ordentlich gut Platz weg. Wir haben hier diese Kampfleiste, die ordentlich gut Platz weg nimmt. Und dann, ja, diese Gebietskarten, die auch mal ordentlich noch gut Platz weg nehmen. Und ja, da muss man tatsächlich ein bisschen haushalten. Aber das Coole ist, dass das alles so ein bisschen modular gestaltet ist. Also man muss auch, man hat halt nicht ein so ein riesiges Brett, was in die Tischmütte muss. Und drumherum wird dann alles genau arrangiert. Sondern wir haben hier halt verschiedene kleine Module, die wir dann auch anordnen können, wie wir wollen. Je nachdem, wie euer Tisch halt beschaffen ist. Das ist halt eigentlich ganz cool. Also wenn ihr eher eine längliche Tafel habt, dann könnt ihr das alles so ein bisschen nebeneinander machen. Wenn ihr eher so einen Hextisch habt, dann könnt ihr das alles so ein bisschen kompakter aufbauen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Vom Material her würde ich sagen, ist Epochs ein wirklich gut ausgestattetes Spiel. Also wir haben ja diese ganzen Würfels, alles aus Holz, alle diese ganzen Holzmaterialien. Wir haben eine Menge an Karten halt für jede Epoche. Wir spielen ja drei Epochen. Einen Stapel Zivilisationskarten, einen Stapel Technologiekarten. Also wirklich einen Haufen verschiedener Karten. Dann gibt es ja noch diese ganzen Holzressourcen. Es gibt hier diese ganzen Boards. Es gibt verschiedene Nationen. Wir haben hier diese, ja diese Plättchen, die es auch in verschiedener Anzahl gibt. Wir haben Würfel. Wir haben noch so neutrale Gebäude. Also da gibt es wirklich eine Menge Zeug, was man hier auspacken kann. Was in der Schachtel ist, was man dann aber auch aufbauen muss. Der Aufbau dauert ein bisschen. Aber wenn man es ein, zweimal aufgebaut hat, dann kommt man auch relativ gut klar damit, welche Karten wann ins Spiel kommen. Es gibt natürlich auch noch einzelne Karten für die einzelnen Fraktionen. Also die einzelnen Nationen haben dann nochmal Spezialkräfte, Spezialeinheiten teilweise, die man dann freischalten kann. Ja, auf jeden Fall eine Menge Kram dabei. Dann kommen wir zu einem Knackpunkt, bei dem ich bei Zivilisationsspielen besonders drauf achte. Und zwar das Gefühl, ob ich hier auch eine Zivilisation aufbaue und ob ich hier meine Zivilisation weiterentwickeln kann. Es muss etwas episch sein und es muss auch ein bisschen langwierig und langfristig planbar sein. Und da bin ich tatsächlich bei diesem Spiel ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es halt sehr gestreamlined. Die Züge sind wirklich sehr kurz. Man hat, ja, es ist sehr knackig. Es wirkt sehr modern im Gegensatz zu etwas altmodischen Mechaniken, die zum Beispiel sowas wie Clash of Cultures drin hat. Muss man sagen, dass es einfach sehr flüssig läuft. Es hat einfach einen sehr guten Spielfluss. Und das geht dann manchmal so ein bisschen auf Kosten dieses Zivilisationsaufbaugefühls. Aber trotzdem hat man hier schon sehr viele Möglichkeiten. Und auch von der Tischpräsenz und von den Technologien und so sieht das alles so cool aus. Und auch mit den Wundern, die man bauen kann, dass man schon das Gefühl bekommt, eine eigene Zivilisation aufzubauen. Sich in bestimmte Richtungen zu entwickeln, zu spezialisieren, auf dem Board sich auszubreiten mit seinen Städten, mit seinen Handelsposten. Man kann neutrale Städte übernehmen. Man kann gegen Barbaren kämpfen. Man kann seine Einheiten upgraden. Also da kommt schon auch das Gefühl auf. Aber es ist nicht dieses super langwierige und vielleicht auch manchmal zu langsame Zivilisationsaufbau. Oder der Zivilisationsaufbau, den man vielleicht auch etwas älteren und altmodischeren Spielen kennt. Ziemlich cool finde ich eigentlich den Mechanismus insgesamt. Wir haben quasi ja immer sechs Karten auf der Hand von einer Epoche. Und wir müssen dann quasi ja jede Runde eine Karte ausspielen oder eine Karte abwerfen. Und wir bekommen jede Runde eine Karte aus der nächsten Epoche. Und können dann eigentlich auch schon mal planen, in welche Richtung wir gehen wollen. Weil wir ungefähr schon wissen, welche Karten wir für die nächste Epoche zur Verfügung haben. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Ziemlich cool finde ich auch, dass wir eigentlich nur zwei Einheiten haben. Aber diese in verschiedenen Kombinationen unterschiedlich stark sind. Wir können, ja wir haben immer quasi eine Haupteinheit, eine Support-Einheit. Und ja, die können wir einzeln upgraden. Je nachdem, ob wir das wollen, ob wir die Kosten bezahlen wollen. Und es ist so, dass diese dann Formationen bilden können. Wenn sie irgendwie gleiche Symbole haben, dann werden sie nochmal ein bisschen stärker. Und was ich sehr cool finde, ist, dass man sich immer am Ende seiner Runde entscheiden muss, ob man jetzt seine Einheiten bezahlt, wenn man sie bezahlen muss. Damit sie für den Krieg quasi ready sind. Damit sie bereit sind. Und nur wenn man sie bezahlt hat, wenn man ihren Sold bezahlt hat, kann man sich auch mit diesen dann verteidigen, wenn andere Leute einen angreifen. Das ist halt immer so eine Abwägung dann am Ende der Runde, bei der man dann sich entscheiden muss, na, gebe ich jetzt die Ressourcen irgendwie noch aus, nur um mich zu schützen. Und wenn ich das irgendwie nicht mache, dann laufe ich Gefahr, angegriffen zu werden. Oder ich bin in so einer superfriedigen Runde, kann natürlich auch mit den anderen Spielern ja vielleicht ein bisschen handeln oder ein bisschen Absprachen machen und spare mir dann die Ressourcen, um sie für was Besseres auszugeben. Das finde ich einen sehr coolen Mechanismus. Und dann gibt es natürlich noch, ja, diesen Kampf. Und bei dem Kampf, muss ich sagen, bin ich noch unentschlossen. Der Kampf ist teilweise relativ glücksabhängig, weil wir natürlich würfeln. Es ist immer so, dass wir eine, ja, diese Grundstärke haben. Also wir haben immer eine bestimmte Grundstärke. Und dann haben wir quasi Vorteile, die, ja, je nach Gebiet, auf das wir angreifen oder mit welcher Einheit wir angreifen, gegen welche Einheiten wir kämpfen, ja, uns unterschiedliche Anzahl an Würfeln bringt. Und diese unterschiedlichen Anzahl an Würfeln, die erhöhen natürlich die Chance, dass man zusätzlich noch Kampfstärke würfelt. Es kann aber einfach auch sein, dass jemand drei Würfel würfelt, der andere würfelt auch drei Würfel und, ja, dann entscheidet im Grunde genommen das Glück oder das Pech, ob man gewinnt oder verliert. Auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, Kampf ist gar nicht so wichtig bei dem Spiel. Und es wird auch gar nicht so sehr belohnt wie vielleicht in anderen Spielen. Es ist manchmal ganz nett, wenn man kämpft. Und vor allen Dingen, wenn man mit sehr hohem Abstand gewinnt, dann sind die Boni nämlich nochmal ein bisschen besser. Das ist sehr cool, weil wenn man knapp gewinnt, ja, hat man, ja, auch einen kleinen Vorteil oder man bekommt irgendwas, aber der andere hat einfach keinen Nachteil. So ist es zum Beispiel so, dass wenn man eine Stadt eines anderen einnehmen möchte, dann muss man schon mit großem Abstand quasi den Kampf gewonnen haben. Also da muss die Differenz der Kampfstärke wirklich sehr groß sein. Und der Verteidiger hat auch nochmal irgendwie einen Bonus natürlich und so weiter und so fort. Das ist sehr cool. Ein weiterer cooler Aspekt, finde ich, ist diese Kulturleiste. Also normalerweise ist es ja so, in den Spielen, ja, eine Zivilisation, die holt sich irgendwie Kultur und dann bringt die halt irgendwas. Und hier ist es so, dass wir eine Kulturleiste für alle Spieler haben. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand in der Kultur hoch, ja, geht in dieser Leiste, dann gilt das quasi für alle Spieler, beziehungsweise, ja, die Kosten werden einfach höher. Und das nächste Mal, wenn jemand in der Kultur hochgehen möchte in der Leiste, muss er wahrscheinlich schon wieder mehr Kosten bezahlen und bekommt dann auch andere Boni, weil die Boni sich nach oben hin auch nochmal verändern und ein bisschen stärker werden. Das finde ich auch sehr cool, muss ich sagen, weil es dann auch immer so ein bisschen, man muss immer so ein bisschen, ja, den, so ein bisschen abwarten. Okay, wann, wann lohnt es sich da jetzt einen Schritt zu machen? Welche Boni bekomme ich da? Und wie teuer ist das? Kann ich mir das leisten? Auch ein sehr cooler Mechanismus, wie ich finde. Dann vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort zu den Technologien und den einzelnen Fraktionen. Es ist so, hier sind eine, ja, eine Vielzahl von Nationen bei. Und diese unterscheiden sich schon voneinander, aber auch nicht so dermaßen krass. Es ist ja so, dass wir hier so einen Mini-Technologiebaum haben. Also wenn ich hier zum Beispiel Frankreich nehme, das ist so ein, ja, es sieht eigentlich bei allen anderen gleich aus. Wir haben immer diese vier Technologien, die wir im Grunde genommen zur Verfügung haben im Spiel. Die können manchmal auch schon in Epoche 1 freigeschaltet werden, also auch im allerersten Zug, können aber auch, es gibt welche, die auch erst in den späteren Epochen freigeschaltet werden dürfen. Und wir müssen uns dann während des Spiels tatsächlich einfach für zwei von diesen Technologien entscheiden. Die können wir einfach dann irgendwann freischalten, aber wir können die anderen Zweifel, die wir uns dann nicht entscheiden, halt nicht freischalten. Und so kann man schon jede Nation so ein bisschen anders spielen. Also zum Beispiel China hat die Möglichkeit, ja, eine chinesische Mauer zu bauen, die ein bisschen stärker dann in der Verteidigung ist. Aber wenn man halt irgendwie ein friedliches Spiel hat, dann entscheidet man sich vielleicht eher nicht dafür, das zu bauen. Oder man hat vielleicht zu früh andere zwei Technologien erforscht und dann sehen das die Gegner und die wissen, Ah, okay, er kann die chinesische Mauer nicht mehr bauen, also greife ich ihn jetzt an. Oder er ist dann jetzt quasi keine Gefahr mehr oder ich kann ihn irgendwie leicht einnehmen oder so. Das finde ich auf der einen Seite ziemlich cool, weil es das Ganze nicht so super kompliziert macht. Wir haben keinen riesigen Technologiebaum für die unterschiedlichen Fraktionen oder auch nicht den gleichen Technologiebaum für die ganzen Fraktionen, sondern wir haben einfach wirklich vier unterschiedliche Technologien pro Nation, von denen wir uns pro Spiel zwei aussuchen können. Das ist schon auf jeden Fall eine Neuheit, finde ich, bei so Zivilisationsspielen und es funktioniert erstaunlicherweise wirklich gut. Rundum, muss ich sagen, hat Epochs Cause of Cultures bei mir im Moment den Thron der Zivilisationsspiele bestiegen. Ich finde es sehr leicht aufzubauen. Es ist ein bisschen, natürlich ist es viel Material, aber wenn man es ein, zweimal aufgebaut hat, geht das wirklich zack, zack, zack. Es ist wirklich gut gestreamlined, das heißt, ich kann es auch mal unter der Woche an einem Abend spielen und ich finde es einfach nicht so abstrakt wie zum Beispiel Path of Civilization, wo ich einfach nur irgendwelche Leisten hochlaufe, dass hier bei mir das Zivilisationsspielgefühl wirklich aufkommt, obwohl es so gut gestreamlined ist und ich einfach einen richtig coolen Abend mit dem Spiel verbringen kann, auch unter der Woche ohne viel Vorbereitungszeit. Und ich kann hier die verschiedensten Nationen ausprobieren, ich kann die verschiedensten Nationen auf unterschiedliche Weise spielen, indem ich unterschiedliche Technologien erforsche und ja, das macht das Spiel bei mir im Moment wirklich sehr beliebt. Das war es mit meinem Video zu Epochs Cause of Cultures. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ihr seid jetzt ein bisschen schlauer als zuvor und könnt vielleicht ein bisschen einschätzen, ob das Spiel was für euch ist. Vielleicht ist es nichts für euch. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Kampagne und dann könnt ihr selbst entscheiden. Schaut einfach mal rein. Ich kann euch das Spiel auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Mir gefällt es wirklich sehr gut und ja, falls euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr auch ein Abo dalasst, dann wäre ich auch sehr zufrieden. Und ansonsten lasst auch immer gerne einen Kommentar, Feedback, positiv, negativ, je nachdem, wie ihr das so aufgenommen habt, hier das Video. Ja, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut auch gerne noch ein weiteres Video. Hier oben habe ich ein Gespielt-Video. Das könnte euch interessieren. Da stelle ich immer ja regelmäßig Spiele vor, die ich so gespielt habe. Es können auch manchmal ein bisschen ältere Spiele sein. Und da unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorsteht. Vielleicht ist was für euch dabei. Schaut einfach mal und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao. Ciao. Ciao.